Das Innovationsvorhaben ACOP ist für mich als Soldat der absolute Game-Changer. Das Innovationsvorhaben ACOP, das hat uns jetzt wirklich sehr geholfen. Damit ist es insgesamt möglich, auf weite Entfernung dreidimensionelle Karten darzustellen. Die Lage spiegelt die aktuelle Situation wider, beispielsweise der Geofaktoren oder der eigenen Kräfte und der Feindlage. Ich kann in die Lage reingehen, ich kann die Lage greifen und kann es mir dadurch viel besser vorstellen und verinnerlichen. Ich kann die Truppen sehen, ich kann meine Truppen sogar anfassen. Ich kann sie bewegen, sie verändern sich auf meinem Führungssystem. Und es ist nicht nur noch das gesprochene Wort, sondern ich bin live dabei, im Geschehen, während sich die Lage entwickelt. Ich habe hier gerade durchgeführt eine Befehlsausgabe gemeinsam mit meinen Brigadekommandeuren. Mit mir haben sie da auf alle Fälle einen großen Unterstützer gefunden in diesem Projekt. Das Innovationsvorhaben ACOP geht um ein Team und es geht um eine ganz große Truppe, die hier steht, um uns im Krisenfall zu verteidigen. Das heißt, alles was wir hier machen, ist für die Truppe und die Truppe innovativer zu machen. Das heißt, alles was wir hier machen können. Vielen Dank.